36 ist bei uns, nun dann vom 14. 10. April des Jahres. Andronus Donnerhall aus der Taiga vom Don Romantik aus der Zucht aus dem Besitz von Ulrich Brinkhus aus Emstetten. Schleif an den T HeavenAUX aus dem Besitz von Ulrich Brinkhus aus dem Besitz von Ulrich Brinkhus aus der Taiga.